Hallo! Ja, hier ist Jumbo Jakob. Das ist Tag 6. Ich bin immer noch allein zu Hause. Ich habe ein bisschen renoviert. Das Haus sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Ein paar Etagen höher gemacht. Schöne große Fenster, damit schön die warme Sonne reinknallen kann. Ja, ansonsten nichts Neues. So, und Besuch? Ovidio! Hallo! Endlich mal hier! In Berlin! Wow! Jumbo Jakob ist eine schade Enttäuschung. Ja, mein Sohn ist endlich zur Schule. Ich habe Schnecken bekommen zum Schuleintritt. Sehr aufregende. Sehr aufregende. Das sind afrikanische Riesenschnecken und irgendwann werden die richtig groß und dann kann ich auf ihn zur Schule reiten. Ich laufe hier alleine. Ich laufe allein durch Kreuzberg mit einer Schultasche und Schnecken. Und du bist gleich mit deinem Fahrrad überfahren. Tromagott, ein Film aus der Trash-Ecke. Absolut. Also ich fand den Film anstrengend. Ne, sag ich dazu nicht. Anstrengend. Er war anstrengend. Das ist übrigens der Spezialgast. Klar. Ja, ich bin der Spezialgast. Aber viel. Da war viel. Ja, da war viel drin. Da war viel drin. Der ganze Schnitt. Das ganze Drumrum über die Jahrzehnte hinweg, in die der Film entstanden ist. Ich glaube, dass da viel dran gearbeitet wurde. Auf jeden Fall. Viel Zeit, viel Aufwand, viel Kosten. Was hast du von dem Film angesehen? Ne, Respekt. Respekt, so ein riesen Filmprojekt zu starten mit so wenig Mitteln und so viel Energie. Und darum war der Film ein schöner Abschluss. Und mit den Worten will ich mich dann auch verabschieden von diesem heutigen Tag. Ja.